Sturmtalent Mathis Tell hat zuletzt etwas weniger Einsatzminuten in der Bundesliga gesehen, als es noch am Anfang der aktuellen Saison der Fall war. Gleich dreimal in Serie hockte der 17-Jährige über die volle Distanz auf der Ersatzbank des FC Bayern München. Cheftrainer Julian Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz zum Duell mit Viktoria Pilsen, woran das gelegen hat. Nagelsmann sagte folgende, Tell ist ein Talent, er ist ein sehr junger Spieler, der bei Bayern München spielt. Er macht vieles sehr, sehr gut, aber er hat Dinge, die er noch verbessern muss. Wir haben auch ein paar andere Spieler, die ein gewisses Standing, einen Erfahrungsschatz und auch Einfluss auf die Mannschaft haben und die auch einen Effekt auslösen, wenn du sie einwechselst. Und deshalb gingen die letzten Joker-Einsätze an den erfahrenen Chupo Motink. Und eigentlich würde ich das eh okay finden, denn Tell ist ja 17 Jahre alt. Ich war selber es, der ein Video gemacht hat und gesagt hat, dass man Tell Zeit geben soll, dass man ihn aufbauen soll und nicht verheizen soll. Doch was mich daran stört ist, dass man Tell im Sommer viel zu hohe Erwartungen und Versprechungen gemacht hat. Man hat ihm einerseits versprochen, dass er viel spielen wird. Andererseits hat Nagelsmann sogar öffentlich von ihm erwartet, dass er 10 Tore schießen könnte. 10 Tore sind eine Zahl, die nicht mal jeder Profistürmer in einer Saison hinbekommt. Wie kann man öffentlich so eine Zahl von einem 17-jährigen Franzosen erwarten, der nicht mal die Sprache im neuen Land spricht und der bisher in seinem Leben kaum Profi-Einsätze gemacht hat? Dass Tell aber mit dem Druck umgehen konnte, das hat man im DFB-Pokal gesehen, als er gleich gescored hat. Doch wenn man ihn jetzt wieder nicht spielen lässt, obwohl er wirklich gut abliefert, wenn er spielt, oder wenn man ihn nicht mal in unwichtigen Spielen oder bereits abgelaufenen Spielen einsetzt, dann sendet man auch ein falsches Signal an Tell, vor allem wenn man wie gesagt am Anfang falsche Versprechungen gemacht hat. So wie bei Gravenberg zum Beispiel, der sich auch schon öffentlich beschwert hat. Ich erwarte nicht, dass Tell in jedem Spiel von Beginn an spielt, doch eine gesunde Menge an Spielpraxis würde ihm nicht schaden. Vor allem könnte man damit zwei Probleme lösen. Man würde einerseits Tells Entwicklung fördern und gleichzeitig bis zum kommenden Sommer, wenn man Glück hat, auch das Stürmerproblem beim FC Bayern lösen. Was sagt ihr Leute? Kommt Tell viel zu wenig dran oder passt das eigentlich so? Selbst wenn es passen sollte Leute, vergesst nicht, was man ihm am Anfang der Saison alles versprochen hatte und genau das ist auch der Grund des heutigen Videos. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst ihr ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt.